Sie können sich sicher noch sehr lebhaft an Ihren letzten Urlaub erinnern. An die Recherche, an die Auswahl der Urlaubsdestination, an die letzten Vorbereitungen und an die Reise selbst. Eine schöne Erinnerung, oder? Aus- und Weiterbildung gleicht in vielerlei Hinsicht dieser Reise. Bei Interessenstests oder im Bildungsprogramm holt man sich die ersten Infos, wo die Reise hingehen soll. In Workshops und Infoveranstaltungen plant man die Bildungsreise im Detail und das konkrete Angebot holt man sich in unserem Service Center oder beim Tag der offenen Tür am 9. September. Wir präsentieren Ihnen nicht nur unser umfassendes Kursangebot, sondern haben an diesem Tag noch viel mehr für Sie. Es erwarten Sie unter anderem unabhängige Bildungsberater, die Sie bei der Wahl des richtigen Bildungsangebots unterstützen und Ihnen die nötige Orientierung auf der Bildungsreise geben. Bekannte Menschen aus Wirtschaft und Kultur haben schon in der Vergangenheit ihre Bildungserfahrungen mit den Besucherinnen und Besuchern des Tag der offenen Tür geteilt. Heuer erzählt Mikromann Tom Barleck von seiner Reise zum Südpol und erklärt, warum Durchhaltevermögen auch in der persönlichen Weiterentwicklung so wichtig ist. Auch beim Thema Bewerbung unterstützen wir Sie. Am Tag der offenen Tür erwarten Sie Tipps und Tricks, wie Sie beim zukünftigen Arbeitgeber punkten können. Ein Profifotograf rückt Sie für Ihr persönliches Bewerbungsfoto ins rechte Licht. Die Absolventinnen unserer Visagistenausbildung sorgen für das passende Make-up. Weiterbildung ist eine Investition in Ihre Zukunft. Unsere Partner AK Wien und WAF zeigen Ihnen Fördermöglichkeiten und wie Sie bares Geld sparen können. Spannende Workshops gewähren Ihnen einen exklusiven Einblick in unser Bildungsangebot. Unsere Bildungsangels stehen Ihnen den ganzen Nachmittag für all Ihre Fragen zur Verfügung. Als besonderes Highlight bieten wir Ihnen vor Ort attraktive Messepreise auf unsere Kurse und Lehrgänge. Vorbeischauen lohnt sich also in jeder Hinsicht. Wir freuen uns auf Sie. Der Tag der offenen Tür des BFI Wien findet am 9. September 2016 von 14 bis 20 Uhr statt. Kommen Sie zum Alfred-Dallinger-Platz 1 gleich bei der U3-Station Schlachthausgasse. Der Eintritt ist wie immer frei.